Wir sind hier wieder auf den Sack. Das kostet wieder richtig Geld. Das kostet wieder 5.000 Euro. Das kostet wieder 5.000 Euro. Ja, das geht. Das geht nicht. Das schlösen wir vorhin. Ja, das kommt noch. Bleib ich. Das Feuer kostet wieder 5.000 Euro. Das geht auch gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Aber das wird wieder 5.000 Euro machen.